Was geht ab Leute heute ist soweit Caspar und ich sind als Babys unterwegs heute bei dem Vater Simulator in Roblox Das ist wieder heute auf jeden Fall mega lustig wir sind im Kindergarten und müssen einfach unser Baby abholen Ich bin mein Vater erstmal Baby es wird lustig Leute lasst gerne ein Like und ein Abo da wenn ihr vorne mehr sehen möchtet dreht doch einmal ganz auf euer Handy und jetzt viel Spaß mit dem Video Oh ich hab so viel hier zum Spielen ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll Guck mal ein ganzer Zug Hallo ich würde gerne meinen Baby Broxo abholen ist das hier irgendwo? Ach da Broxo Hey ich will noch nicht nach Hause Doch doch du musst komm wir gehen ich hab leckere Doch doch ist ok Ich will noch rutschen ich will noch rutschen Lass du bitte stehen die Rutsche Ich möchte rutschen Nein bitte bitte ich will noch nicht nach Hause Es sind so viele Spielzeuge Komm mit wir gehen in die Cafeterie und essen hier was zusammen Hast du ein bisschen Hunger guck mal hier gibt es leckere Pizza Guck mal hier Ich sag's dir Die sind echt lecker aus Willst du ein Stück? Ja Hier Guck mal hier komm mal her Hier Hallo bleibstehen bitte Ja ja Gib mir mal die Pizza So hier Und ist es noch lecker oder nicht? Mhmm Pizza als Baby macht so viel Spaß Oh ja die will hier noch mehr Pizza Oh Moment was ist denn hier drin? Oh guck mal Das ist nix für Kinder So Hallo Hallo Hände hoch Hey sag mal also die reden hier alle mit mir So schnell weg Schnell weg Schnell weg Die reden hier mit mir Ich will nicht weg Ich mach jetzt hier noch den Lichtschalter aus Hahaha Alter ich seh gar nix Hallo Wie wirks noch? Wo bist du? Bist du hier im Raum? Ich hab mich versteckt Bist du im Raum hier irgendwo? Ich bin versteckt Du wirst mich nicht mehr finden Hehe Hier ist doch Ist hier die Tür offen? Wo bist du denn? Sag mal Hallo Ne hier ist ne Toilette oder bist du nicht? Bist du hier im Raum versteckt oder hier unten? Warte mal wo ist der Lichtschalter? Hier erstmal anmachen So Wo bist du? Ich bin versteckt Oh das ist ja ne Toilette Da kann ich ja reingehen Ah ich kann da nur nicht rein Hey Hey nein nein Hey nein nein Bleib hier jetzt Also jetzt wirklich Da hört der Spaß auf ne? Wo bist du jetzt schon wieder hin? Sag mal Du bist doch bestimmt hier drin oder? Hey Hä Hey Hilfe Ich rutsche aus Ich rutsche aus Zehnmal Die krassen Räume noch Wow Ah Baby Sezzo Wo bist du jetzt herkommen? Hilfe ich bin 10.000 Oh ich rutsche die ganze Zeit aus Hilfe 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 Wo bist du? Ah 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 Aua Oh Hä Oh Ich hab so Bist du hier irgendwo? Oh Bist du hier hinten? Oh ich kann das Papierhandtuch essen Mh Hier sind so viele Leute man Ich weiß gar nicht wo ich hin muss Guck mal ich kann das Papierhandtuch schon wieder essen Mh Schmeckt das gut so ein Handtuch Bist du auf dem Klo schon wieder? Ah Hä Hä Was hast du hier für gehofft? Hey Ich ess das jetzt Jetzt bleibst du hier Ich ess das jetzt Ich ess das jetzt So komm mal her Ich greif dich her Ah ich hab's gegessen Haha Oh mein Gott Du wirst jetzt Also Ey Sag mal jetzt Wird doch endlich mal stehen Mh Wo bist du jetzt? So hier Ich bin hier gar nicht Okay Du bist da also nicht sagst du ja? Ne ist ja kein Problem So Wo bist du jetzt schon wieder hin? Roxo Das ist ja kein Versteckenspiel wie zu Hause Du kommst jetzt raus Ich will noch nicht nach Hause Da bist du Roxo Baby Nein Nein Sonst kommst du Ich pack dich da oben zum Asarium Hey man jetzt packst du schon wieder Haha Hey man Wie du willst mich hier in den Sag vor Augen packen? Ich will nicht mit dem reden Dann darf ich ihn in Ruhe lassen So schnell weg hier Schnell weg Schnell weg Schnell weg Okay Wo bist du jetzt schon wieder? Ja Nein Nein du hast gewonnen Ich hab gewonnen weil du dich nicht gekillt hast Achso Ich hab mir zu wenig Handtücher gegessen So jetzt aber Baby Kaspar Ich mach dir das Leben nicht so einfach Ich sag mal so Ich bin zwar ein kleines Baby Aber ich bin nicht dumm So wie du Bist du jetzt schon hin? Oh hier ist eine Tür offen Oh leckerer ein Apfel hier Ein Apfel? Okay wo könnte er jetzt gerade Wow Wow Was? Wow Hä? Oh Gott hier so Schreibtische und so Hey lass los jetzt hier Hä? Hamster Ein Hamster Wie cool Also Oh ein Benzinkanister Sag mal was Wo bist du denn jetzt? Hey du blödes Baby Oh das ist hier echt im Klassenraum Ist das schon nicht schlecht Hä? Hallo? Daddy? Moment mal Daddy Broxo? Wo bist du denn Baby Kaspar Da bist du doch Ah Ich seh dich doch Ich hau dich jetzt mit dem Holztlöffel Du kleines Racker Baby Ey lass mich hier in Ruhe Lass mich wieder in Ruhe Du kleines Racker Baby du Ich brauch die Baby Zange Wo ist die Baby Zange? Oh Nein Lass mich auch jetzt in Ruhe Wo ist die Baby Zange? Ich brauch jetzt Ich mach gar nichts Ja Ich mach gar nichts Hey wie du kannst Geld essen Ich hab mir voll Schaden gemacht Nicht Geld essen Hier Geld essen Wie? Nein hör auf Hör auf die Samen zu essen Oh was ist hier noch zu trinken? Nein Das ist nicht gut Soll ich für trinken? Nein Oh das Gib her Nein Die Seife ist nicht für dich geeignet Tut mir leid Ey Gar kein Problem Ich brauch die Baby Zange Wo ist die Baby Ach hier war der Abkühl Oh kleinesstoff Nein nein Du bist jetzt Nein Hör ein Oh mir ist so ganz schlecht Hör auf Hör auf Oh Gott Oh ich Ich bin schon ganz grün Nein Ich bin schwarz Ich bin schwarz Ey Wann bist du denn so schnell draufgegangen? Ja Ja weil ich einfach gerne esse So Mal gucken Baby Broxow Da bin ich wieder Oh was ist denn das hier am Start? Vorsichtig Kann ich das da benutzen oder was? Ja ok es ist runtergefallen Oh Das könnte ich mal hier Gehen vor das Kissen Vor das Kissen Vor das Kissen Steckdose verwenden Hey sag mal Jetzt geht es aber los Ich glaube Was für eine Steckdose Oh Ok Äh Wo bist du denn versteckt? Sag mal Was sind denn das jetzt hier für Sachen alles? Äh Kommst du jetzt mal her? Wo bist du denn? Wo bist du denn hier? Hey Hier da bist du ja Nein 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 Willst du mal jetzt hier bleiben? So komm mal her hier Nein 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 Baby Broxow Äh Ich esse den Cookie Ich hab den Cookie gegessen Ja ist nicht schlimm Und Banane Ja ich fütter dich wieder Hier Ja Komm das musst du essen Ok Ja Banane kannst du essen ist gut Ja hier so jetzt hast du die Orange gegessen Sehr schön nehme ich hier nochmal den Apfel mit Oh hier ist doch ein Apfel Pass auf das Ding ist Ja Jetzt hängt die doofe Schale fest Wow Was ist denn hier drin? Ich bin wieder schnell weg So ich bin schnell weggegangen So was hab ich denn jetzt hier? Baby Broxow wo bist du? Ich hab die ganze Seife getrunken Nein Oh noch mehr Hör auf die Seife zu trinken sag mal Wo bist du? Oh noch mehr getrunken Jetzt hörst du auf Ich hab ganz viel getrunken Sag mal Oh was haben wir denn hier alles am Start Broxow wirst du woher das jetzt lassen? Ich brauch jetzt ganz schnell irgendwelchen Oh ich hab irgendwas vergiftet jetzt getrunken Hier Apfel nehmen Was ist denn hier oben? Wo oben ist gar nichts mehr drin? Broxow wo bist du? Dann machen wir den Lichttal aus Dann geh den raus hier Dann geht's dir direkt wieder besser Ja Nein Nein Bin da Plastik gegessen Nein ich bin hier nicht Auch noch Ja Ich bin hier nicht Oh ich kann hier Müll essen Der auf dem Boden rumliegt Müll Lässt du wohl den Müll liegen lassen? Müll Lässt du bitte den Müll liegen? Noch mehr Müll Mir geht's nicht so gut Oh Gott du guckst auch schon ganz grün So pass auf Dann musst du wieder einen Apfel essen So alles gut Okay kein Problem wenn du es sagst Ich geh jetzt ganz kurz hier vorne hin So Oh Eine Gabel Mal gucken was passiert wenn man das in die Steckdose packt Lässt du bitte die Gabel hier? Jetzt bin ich mal gespannt was passiert wenn man das in die Steckdose packt Mal gucken So Bist du ein böses Okay Gabel in die Steckdose stecken Oh nein Du bist explodiert Ey Du bist explodiert Wie kannst du das ein Baby antun das zu machen? Wieso steckst du denn auch die Gabel in die Steckdose? War neugierig Also Baby Kasper Pass auf Dir werde ich das Leben schwer machen Ich brauche nur die Babyzange Wo ist die Babyzange? Wo könnte er sich Was macht er jetzt gerade? Steckdose? Nein Hier Müll auf dem Boden Ah ok Dann weiß ich ja wo du schon mal bist Das ist schon mal ganz gut Aha Ja Na kleines Baby Kasper Ding Nein Kasperle So den Müll ziehe ich mal ganz kurz In den Mülleimer rein Hey Was machst du da? Wo bist du? Warum bist du jetzt draußen? Ey Will nicht Man kann ja sogar draußen spielen Kamusel Kamusel schnell Ok Hey Wow Du bist doch echt verrückt Oh Gott Oh Willst du mich hier oben bringen oder was? Ich gehe jetzt schnell runter Dann wird mich schon schwindelig Wir können auch wippen Hände wippen bitte Wir können auch wippen Ok Los Du bist viel zu Wieso bist du schwerer als ich? Was bist du denn für ein dickes Baby? Ey Oder hier Sind das Gänse? Ne Das sind Enten Achso Ok Du findest mich nicht Ja Ich hab schon gesehen wo du warst Keine Sorge Ich hab das schon gesehen So also komm mal rein hier Wir wollen jetzt nach Hause Ok Wir wollen jetzt nach Hause gehen Ok Ok Nach Hause Ziehst du mich? Wie? Hä? Yo Geisterfahrer Was? Das ist ein Geisterfahrer oder so Ok komm Ey Du ziehst mich schon Ich zieh dich schon Ey Sag mal Was machst du denn hier mit dir? Was warst du da? Der kann schweben oder so Was machst du da? Ich mach da gar nichts Das ist gut Kaspar Wir wollen nach Hause nicht an der Decke schweben Aua Ich komm jetzt nicht raus Ich komm hier nicht raus Warte ich mach dir mal die Tür auf So Ey Du kleines Kackbaby Ich seh dich doch schon Hör auf damit Nein Nein Hör auf damit Oh Getrunken und getrunken Oh Gott Nein Nicht gut Nicht gut Nicht gut Nicht gut Nicht gut Äh Okay Einmal ganz kurz Hier drei Ey der quatscht mich hier nicht von der Seite Was macht er denn? Er sagt gefällt es mir hier Was quatscht du mich hier nicht man? Cool Dr. Darkobert Guck mal da auf den Boden Siehst du ihn? Dr. Oh stimmt Dr. Darkobert Ja stimmt Sag mal Der lässt mich gar nicht mehr Was macht der hier mit mir? Raus jetzt hier Was machst du da? Kaufst du da irgendwas ekliges oder was? Oh hier ist ein rieses Stück Butter Hier nimm das Das ist gut für dich Wow Ja Hä Was ist denn hier los? Ich hab dich eingebuttert Ach nein Hey Mann Ich bin ganz gelb Ah nein Ich bin ausgerutscht Hilfe Hilfe Wichtig Wichtig Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich find dich doch noch Du kleines Baby Du findest mich nicht mehr Baby Kasper Wir wollen nach Hause gehen Farbe trinken Oh mein Gott So viel Spülmittel Kasper Lecker 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 Drink Drink Nein 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 Ist hier irgendwo die Babyzange oder so? Warte Ich muss den Pömpel nehmen Ey geh zurück Aua Geh zurück Ey Aua In die Steckdose Geht nicht Okay Besser ist das Besser ist das Da brauche ich wohl ne Gabel hier Nein Nein Oh mein Gott Was ist das? Das Messer Nein Ich bin mit Messer Du bleibst zurück Du bleibst zurück Du bleibst zurück Hast du die Verstanden Du bist Stecker Papa Du bist ganz schön Aua 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 Komm erzähl du kleines Baby Nein 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 Aua Aua Ey Warum Das soll vor dem Video gewesen sein Wenn es dir gefallen hat Auf jeden Fall gerne ein Like Und auch da Wir sehen uns morgen wieder Freunde Beim neuen Video Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal